Ich bin Ramona Falecker, Podologin und Orthopedistin EFZ, bin hier Geschäftsleiterin im Podologiezentrum Stanz und arbeite zusammen mit meinen beiden Kolleginnen, ebenfalls Podologinnen. Wir bedienen Kunden von jung bis alt und behandeln im medizinischen sowie auch im kosmetischen Bereich. Unsere Kunden legen Wert auf eine Fußpflege mit sterilen Instrumenten. Nach einer Behandlung bringe ich die kontaminierten Instrumente in unser Labor. Da werden sie in speziellen Behältern sortiert, in einem Thermodesinfektor aufbereitet und danach ebenfalls wieder sortiert. Nachdem die Instrumente wieder neu verpackt sind, werden die Instrumente in einem Sterilisator wieder 100% keimfrei gemacht. Durch die neue Miele-Lösung kann ich meinen Kunden eine gleichbleibende Qualitätssicherung bezüglich den sterilen Instrumenten bieten und ich gewinne sehr viel mehr Zeit für die alltäglichen Arbeiten in der Podologiepraxis. Die Miele-Produkte kann ich meinen Branchenkolleginnen und Kollegen mit bestem Gewissen weiterempfehlen. Ich schätze die einfache und kompetente Zusammenarbeit mit Miele sowie der schnelle und professionelle Service. Geschwucken Sie in Strange und extrem들. Geschwucken Sie mal super!